Immer wieder heißt es ja, gründe eine Firma im Ausland, damit wirst du massenhaft Steuern sparen. Doch in diesem Video werde ich dir mal einige Punkte mit auf den Weg geben, die du kennen solltest, damit du nicht plötzlich in einer Steuerfalle landest und potenziellweise sogar mehr Steuern zahlst, als wenn du zum Beispiel ein klassisches Gewerbe oder eine GmbH in Deutschland hättest. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, internationales Steuerrecht ist komplex und vor allem auch volatiler als manchmal im nationalen Steuergesetz. Deswegen ist zum Beispiel eins der größten Probleme, die du in dem Zusammenhang oftmals hast, der Bereich der Doppelbesteuerung. Denn eins müssen wir schon mal von vornherein klarstellen. Eine reine Firma im Ausland und wenn du weiterhin hier voll steuerpflichtig in Deutschland bist und auch der Sitz und die Geschäftsleitung hier im Inland ist, bringt die erstmal null Vorteile. Das heißt, wir müssen hier schon mal eine Firma haben, die grundsätzlich dann Geschäftsleitung und Sitz im Ausland hat und dementsprechend keine steuerlichen Pflichten mehr im Inland hat. Das wäre grundsätzlich so mal der optimale Zustand. Das kriegen wir natürlich zum Beispiel hin über eine Geschäftsführung und natürlich auch über eine Substanz im Ausland. Jetzt kommen wir aber zum ersten wichtigen Punkt. Die Doppelbesteuerung, die ja hier in vielen Doppelbesteuerungsabkommen geregelt worden ist, ist sehr, sehr volatil. Denn hier kann es zum Beispiel sein, dass nationale Steuergesetze sowohl im Ausland als auch hier in Deutschland geändert werden. Das heißt, anstatt dass du dich nur um ein Steuergesetz kümmern musstest, zum Beispiel das deutsche Steuergesetz, kommen da noch vielleicht ausländische Steuergesetze dazu, zum Beispiel ausländische Unternehmenssteuerung, ausländische natürliche sozialversicherungsrechtliche Themen und so weiter und so fort. Plus, wir haben hier in Deutschland nicht nur das Einkommenssteuergesetz, sondern zum Beispiel natürlich auch noch das ASTG mit Blick auf die Hinzurechnungsbesteuerung. Dann zum Beispiel auch natürlich noch, wenn du hier über eine Holdingstruktur mit dabei bist, dann Körperschaftssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, alles was hier greifen kann. Das heißt, Punkt Nummer 1, ganz klar hier das Thema Doppelbesteuerung und Doppelbesteuerungsabkommen. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass natürlich die steuerliche Compliance-Kosten in dem Zusammenhang höher sind. Denn während du in Deutschland nur einen Steuerberater vielleicht brauchst, oder wie es klassisch ist, sage ich mal einen Steuerberater für Laufendes, einen für Besonderes, dann ist es hier so, dass du zum Beispiel auch dann schon mindestens drei Steuerberater bräuchtest, und zwar hier noch im Ausland. Und diese Auslandssteuerberater sind meistens größere Kanzleien, die dann auch nochmal teurer sind, als ich sage es mal so, der klassische 0815-Steuerberater hier in Deutschland um die Ecke, oder auch natürlich mit Blick auf dein Dorf. Jetzt ist es auch so, es gibt zum Beispiel auch hier, wenn du nationale und internationale Unternehmen kombinierst, dann gibt es hier zum Beispiel sogenannte Transferpreisregelungen. Das sind Regelungen, wo man ganz klar sagt, okay, hier dürfen zum Beispiel zwischen ausländischen Unternehmen oder, sage ich mal, ja verbundenen Unternehmen hier keine besonderen, sage ich mal, ja günstigeren Preise angeboten werden, sogenannte Verrechnungspreise. Da gibt es auch unterschiedliche Kalkulationsprobleme, wo man ganz klar sagen muss, das kann durchaus aufwendiger werden. Vor allem, wenn du natürlich auch versuchst, Gewinne hin und her zu schieben, um das Steueroptimal zu gestalten. Der Verwaltungsaufwand nimmt natürlich auch enorm zu, denn unabhängig davon, dass du ja steuerlich plötzlich zwei gesetzliche Regelungen, sage ich mal, einhalten musst, zum Beispiel das italienische Steuerrecht oder auch das deutsche oder spanische und deutsche oder, 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 ist auch der Verwaltungsaufwand höher. Denn, wie ich vorher schon gesagt habe, die Verwaltungskosten sind dementsprechend höher, weil du zum Beispiel hier nicht nur im Inland eine Buchhaltung haben musst, sondern auch im Ausland. Du musst nicht nur im Inland Steuererklärungen abgeben, sondern auch im Ausland. Du hast zum Beispiel auch in dem Zusammenhang höhere Verwaltungskosten mit Blick auf Transparenzregelungen, wie zum Beispiel, sage ich mal, in Deutschland gibt es jetzt Transparenzregister, Unternehmensregister und so weiter und so fort und bla, bla, bla. Selbe Regularien gibt es aber auch im Ausland. Wenn du hier natürlich verbundene Unternehmen hast und hier zum Beispiel größere Beteiligungen hast im Ausland, dann ist das natürlich auch mit mehr Meldepflichten verbunden. Zum Beispiel hier die Meldepflicht auch für ausländische Beteiligungen. Das größte Problem ist aber an der Stelle hier die Reformtätigkeit. Denn wie gesagt, Volatilität, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ist ja einmal so, dass man sagt, nationales und internationales, beziehungsweise ausländisches Steuerrecht. Und da ist es ganz klar so, dass sich hier vor allem Regelungen, wenn es nicht vielleicht deine zweite, ich sage ich mal, oder Muttersprache ist, beispielsweise du bist Italiener, kommst jetzt nach Deutschland, klar, dann hast du mit dem Verständnis Italiener Deutschland eher weniger Probleme. Ist aber umgekehrt, dass du Deutscher bist und, wie gesagt, Italien jetzt wirst du eine Firma gründen, dann ist es schon so, dann hast du vielleicht schon Sprachprobleme. Das zum einen. Zusätzlich aber hier auch noch ganz klar Steuerreformen im Allgemeinen. Aktuell, wie gesagt, wir erleben es in Europa komplett durch und durch und auch in Amerika. Also wer jetzt sagt, ja, dann gehe ich einfach raus aus Europa. Nein, ich habe mich jetzt, wie gesagt, in der aktuellen Reihe mit sehr, sehr vielen Ländern hier weltweit befasst, also nicht nur Europa. Hier ist gerade sehr, sehr viel in der Änderung. Gerade die globale Mindestbesteuerung hat sich ja hier jetzt auch durchgesetzt und wird ab 2024 auch dann internationaler Standard. Führt dazu, dass alte steuerliche Regularien, vielleicht für früher mal Steueroasen mit 1, 2, 3 Prozent, sich heute nicht mehr rentieren, weil man vielleicht verwaltungsaufwandstechnisch dasselbe theoretisch in der EU bekommt. Hier natürlich für die EU-Kritiker ganz klar natürlich immer ein Ausnahmefall. Aber steuerlich betrachtet ist es hier, wie gesagt, ein anderer Fall. Wie gesagt, Informationsaustausch und Transparenz. Wir haben ja schon über den allgemeinen Informationsaustausch gesprochen. Es soll ja auch bald ein weiteres Register auf EU-Ebene kommen. Vermögensregister, was ja immer wieder mit diskutieren wird, wo man auch sagt, eventuell raus aus der EU. Aber zum Beispiel auch gleichzeitig hier Gewinne und Dividenden können zum Beispiel in Europa relativ gut steuerfrei verschoben werden, weil man natürlich hier versucht, hier die Harmonisierung nicht nur in der Umsatzsteuer, sondern auch in den Ertragssteuern durch DBAs hinzubekommen. Was bedeutet, hier ist es durchaus natürlich sehr, sehr gut, dass man sagt, hey, wir haben ja zum Beispiel eine gute steuerliche Regelung, 8b ähnliches kann übertragen werden. Und es gibt aber immer diverse Quellensteuern, die man auch beachten muss. Denn hier kann es auch sein, dass wie gesagt im Ausland, bei Dividenden zum Beispiel, Zinsen, Lizenzgebühren, Quellensteuern auch dort im Ausland fällig werden, die vielleicht teilweise in Deutschland nicht anreichend sind. Also hier muss man sich auch im Vorfeld ganz einfach informieren. Denn jetzt haben wir zum einen natürlich die laufenden Kosten besprochen, also ganz grob und sagen natürlich, okay, Steuerberater in Deutschland, Steuerberater im Ausland. Dann vielleicht noch Rechtsanwalt und vielleicht noch einen Spezialisten für internationales Steuerrecht. Dann hat man plötzlich vier Leute, die man hier bezahlen muss anstelle von einer Person. Und ich sage es mal so, bei den Mandanten, die wir in dem Bereich betreuen, da sind die Steuerberatungskosten monatlich hier schon im mittleren vierstelligen Bereich. Tendenziell, wenn die Umsätze steigen, relativ schnell ist man hier im fünfstelligen Bereich. Was hier? Internationale Rechtsberatung, Steuerberatung, vielleicht sogar auch Wirtschaftsprüfung, falls notwendig und natürlich auch hier dann laufende Buchführung. Alles für das Konstrukt mit beinhaltet pro Monat. Also das heißt, wir reden hier mal schnell über, sage ich mal, 50.000, 60.000 Euro Steuerberatungskosten pro Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Und es ist durchaus hier ein Problem, das haben wir jetzt in der EU eher weniger. Aber was man durchaus im internationalen Bereich betrachten sollte, ist das Währungsrisiko. Gerade jetzt sage ich mal US-Dollar, Euro, wobei das sind die Schwankungen nicht mehr ganz so krass. Aber das sollte man durchaus im Blick behalten. Es ist auch so ein Thema, wo man ganz klar sagt, limitiert der Verlustausgleich. Sprich, nicht immer ist es so, dass man alle Verluste komplett international, national verrechnen kann. Gibt es auch Sonderfälle, gibt es auch Ausnahmen. Und zudem ein Punkt, der vor allem für große Unternehmen relevant ist, wo ich sage, das ist für den Standard 0815 Mittelständler jetzt nicht so relevant. Oder, sage ich mal, für digitale Unternehmen auch eher irrelevant, weil da ist es eigentlich meistens egal, wer mit Impressum steht. Das ist zum Beispiel Reputation und öffentliche Wahrnehmung. Hier muss man ganz klar sagen, dass zum Beispiel negative Presse trifft große Konzerne. Ganz klar. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, Influencer bist, einen Online-Shop hast, was weiß ich, eine Software-Schmiede bist, die, sage ich mal, international vielleicht aufgestellt ist. Und ob du jetzt, sage ich mal, deinen Sitz vielleicht in Spanien, Italien, Griechenland oder in England hast oder in Amerika, spielt dort eigentlich keine Rolle, weil durch das Internet einfach alles zusammengewachsen ist. Anders ist es natürlich hier schon, wenn du schon hier, sage ich mal, auch vielleicht regional sehr verwoben bist, was das, sage ich mal, für Mittelständler schon manchmal das Problem ist. Da sie sagen, naja, wir zahlen hier mehr Steuern. Aber eigentlich würden wir gerne ins Ausland gehen, weil zum Beispiel auch in den anderen Videos, die ich euch ja schon hier auf dem YouTube-Channel präsentiert habe, ist es so ganz so rosig, ist ja die Situation in Deutschland nicht mehr. Auch die Zukunftsaussichten aktuell, der Wirtschaftsminister ist, sage ich mal, Auftragslage geht zurück massiv. Neueste Berichte jetzt in den letzten Tagen rausgekommen, dass man sagt, okay, vielleicht ist die Situation im Ausland, vor allem auch das Coast Averaging, was ja enorm wichtig ist, auch für Unternehmen. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr lange lernen musste, ist, wie gesagt, hier, wie gesagt, das Delta, vielleicht das Coast Averaging oder natürlich das Delta zu schaffen, zwischen natürlich der Kosten und natürlich der Umsatzmarge. Das muss relativ hoch sein. Und wenn die Personalkosten in Deutschland steigen, kann es durchaus sein, dass man sagt, es ist günstiger im Ausland. Aber das sind, wie gesagt, hier mal so ein paar Punkte, wo ich sagen kann, das sollte man sich im Vorfeld überlegen, denn klar, so eine Firma im Ausland, also ist schnell gegründet. Also es gibt internen Dienste, der gründet so, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden, eine Firma in Amerika, Delaware, eine Firma in Großbritannien, in Griechenland und in anderen, sage ich mal, Ländern. Relativ schnell, ohne Probleme gemacht. Kostet, glaube ich, immer so 500 bis 1000 Euro pro Gründung. Es gibt natürlich auch günstigere Verfahren und schon hast du eine Firma im Ausland. Bloß, bringt dir die was? Das ist wieder ein anderes Thema, wie gesagt, da kommen wir zu einem Punkt, den ich auch im nationalen, internationalen Steuerrecht jetzt noch mehr besprechen werde. Denn, wie gesagt, solange die Geschäftsleitung und Sitz der Firma hier im Inland sind, hast du hieraus keinerlei steuerlichen Vorteilen. Das ist wieder ein anderes Thema, wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema, das ist wieder ein anderes Thema.